Das war die Frau vom Putifar, die ungemein erfahren war in allen Liebessachen, so Sachen, so Sachen. Jedoch ihr Gatte, au contraire, der war schon alt und konnte nicht mehr. Tirli, 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 die schöne Frau bewachen, bewachen, bewachen. Drum pfiff sie auf die Sitzamkeit und machte sich nen Schlitz ins Kleid und fuhr hinauf nach Theben, um dort sich auszuleben. Denn Theben ist für Memphes, was für die Wurst der Senf ist. Änderbar zum Krokodil am Nil, am Nil, am Nil, verkehrten ganz inkognito der Josef und der Pharao. Dort tanzt man nur dreiviertel nackt, den Schimmie im Zweivierteltakt. Es traf mit der geliebten Sicht des Abends ganz Ägypten sich. In der Bar zum Krokodil am schönen blauen Nil, dem Gatten der Frau Putifar, dem war die Schose bald schon klar. Er sprach zu König Ramses, zu Ramses, zu Ramses. Ich weiß, was meine Gattin macht, sie fährt nach Theben jede Nacht. Tirli, 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 ja Majestät, da Ramses, da Ramses, da Ramses. Da sprach zu ihm der Pharao, na dann machen wir es eben so. Sie sehen, wie fahrt es hier ist, im Restaurant Osiris. Darum gehen als Philosophen auch wir nach Theben schon fahren. Änderbar zum Krokodil am Nil, am Nil, am Nil, verkehrten ganz inkognito. Der Josef und der Pharao, es saß mit Ramses an der Bar, der Gatte, der Frau Putifar, und aß von einem Feigenblatt gehackte Mumie mit Spinat. Ein schlankes Mädchen, schwarz maskiert, das hat die beiden fasziniert. Sie schenkten ihr Narzissen, 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 dem Gatten der Frau Putifar, der schneller als der Ramses war. Tirli, 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 der wollte sie gern küssen, ja küssen, ja küssen. Als er zum Ramses kam zurück, da senkte traurig er den Blick und sah verstört zu Boden. Der Ramses fragt, wieso denn, worauf die Antwort schalte. Oh Gott, ist das peinlich. Das Weib war meine Alte in der Bar zum Krokodil, am Nil, am Nil, am Nil, verkehrten ganz inkognito. Der Josef und der Faro, da tanzt man nur dreiviertel nackt, den Schimmie im Zweivierteltakt. Es traf mit der geliebten sich des Abends ganz Ägypten sich in der Bar zum Krokodil, am schönen blauen Nil. Es traf mit der Faro, da tanzt man nur dreiviertel nackt, den Schimmie im Zweivierteltakt ist.